Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute am zweiten Tag aus Hamburg, dem ersten richtigen Messetag zur AIX. Da werde ich euch ein paar Informationen geben, sowohl von Boeing als auch Airbus, aber auch von einigen Sitzherstellern. Ein paar warme Worte, ich hoffe das geht relativ fix und relativ schnell. Dann haben wir Qatar Airways, die die First Class aufgeben wollen. Emirates Airlines will den A380er aufgeben bis 2032. Dann haben wir noch das Thema, dass man drei Fünfziger Airbusse ersteigern kann. Eigentlich einen Moment von SAS. Und damit ihr das Thema Meilenpunkte und Status nicht vergesst, haben wir noch einen aus dem Bereich World of Hyatt und Hilton Hotels. Wie ihr seht, das Bett ist ungemacht. Der Service um 4.06 Uhr, da seht ihr die Zeit. Ja, keine Ahnung, warum das nicht passiert ist, ist anscheinend das Thema. Gut, so ist das. Ihr wisst ja wie immer, Kanal abonnieren, Glocke an, Like dalassen, kommentieren, ganz, ganz wichtig. Und heute Abend Stammtisch in Hamburg, solltet ihr das schauen, um 7 Uhr ist der Stammtisch schon im Gange. Aber ihr könnt ja dazu stoßen, schreibt eine Nachricht und wir haben auch weitere Stammtische. Ich muss auch Sven mal fragen, ob wir irgendwo eine Liste aller Stammtische haben. Ich habe schon wieder eine Anfrage bekommen, ob man das einmal gezielt sehen kann. So, erstes Thema ist natürlich die AIX. Das ist die Aircraft Interior Expo in Hannover. Quatsch, Hannover. Hamburg. Hamburg, Konzentration, man darf nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, hatte eben noch was gelesen mit Hannover. Auf jeden Fall ist es ja in Hamburg losgegangen, heute Morgen mit Airbus. Da hat man über eine Stunde lang diskutiert zum Thema Sustainability. Der Ingo Vogetzer, der für das Interior zuständig ist, hat erzählt, was für Materialien benutzt werden. Denn, dass man halt auch bei den Materialien, die man nutzt, dort auch eine Reduktion macht der Materialien. Einmal heißt also zum Beispiel ein Sitz aus, glaube ich, sieben oder acht verschiedenen Materialien nur. Also das ist relativ krass, ein Business Class Sitz, dass dieser halt wirklich nicht einen großen Materialmix hat. Das ist wichtig für die Nachhaltigkeit. Und eine interessante Zahl, die ich heute gelernt habe, ist ein Airbus A320, der ein Kilo weniger wiegt, verbraucht 100 Liter Kerosin aufs Jahr gerechnet. Wenn ihr jetzt überlegt, das ist nicht viel, aber mit solchen Sitzen, wie zum Beispiel Recaro sie vorgestellt haben, wo die Sitzreihe keine, also so ein Sitz unter fünf Kilo oder sieben Kilo wiegt, das ist phänomenal. Und wie viele Kilos dann wirklich auch zur Nachhaltigkeit und zum Verbrauch dort beitragen. Interessant waren die Konzepte bei Airbus, dass man zum Beispiel aus der 350er Produktion die ganzen Carbon Fibers, die man nennt, da macht man Paneele draus zum Beispiel und also sehr, sehr gute Geschichten, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Auch viele Ideen, um auch eine Art Kette zu machen, einen Kreis, wo man halt die Produkte immer wieder recycelt und neu benutzt. Was natürlich gerade in der Fliegerei ein Problem darstellt, ist halt die Materialsicherheit. Aber das ist ein Thema, dessen man sich angenommen hat, weil zum Beispiel, wenn man Recycelsstoffe nimmt, weiß man ja immer nicht, woraus es gemacht wurde, wenn es zum Beispiel Pfandflaschen oder was auch immer waren oder Plastikflaschen, wie die Qualität ist. Das gesagt, ist das bei Teilen wie zum Beispiel beim Tisch oder bei irgendetwas, was im Flugzeug verbaut wird, im Sitz nicht ganz so dramatisch, weil man da halt nur die Feuerfestigkeit im Prinzip nachweisen muss und die Haltbarkeit. Man hat auch zum Beispiel einen Teppich vorgestellt, den man auch bedrucken kann, der einfach nur mit einem ganz normalen doppelseitigen Klebeband, was natürlich auch speziell für die Luftfahrt hergestellt worden ist, kleben kann. Man vermeidet dadurch die ganzen Klebstoffe, weil ihr wisst ja selber, wenn ihr einen Teppich rausreißt, und ihr habt ja die alten, die am Boden festgeklebt waren. Ich erinnere mich noch, war das 80er und 90er Jahre, wo man Kumpels beim Umzug geholfen hat und den Teppich rausgerissen wurde, der dann halt wirklich da auf dem Estrich festgeklebt wurde. Das war Sondermüll, ist ja so. Und das will man damit verhindern. Das waren so Initiativen in a nutshell, die da gekommen sind, auch bei Boeing ähnliche interessante Geschichten, die da kommen. Ich habe heute auch in der 777-X-Mockup gesessen, dort den Film gesehen, relativ interessante Konzepte, die sie auch mit dem Innenraum gemacht haben, hat Airbus ja auch. Man hat bei Boeing sogar eine Art Northern Light Simulator gehabt, fand ich relativ coolen gemacht. Heißt also, dort ist viel Musik bei den Kabinen Ambiente, was gemacht wird. Auch die Sitzhersteller haben sehr viele Neuerungen gebracht, wie zum Beispiel Recaro erwähnt, oder aber auch Zim, die die Sitze machen für die Premium Economy bei der Lufthansa. Dann war ich bei der Lufthansa Technik, interessanten Talk zu Allegris gehabt. Wenn wir Glück haben, Hallo Kai, Kai Peters von der Lufthansa, wenn er am 27. Zeit hat, kommt er auch vorbei. Er ist der Head of Lufthansa Passenger Experience, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss man einen genauen Titel. Aber er ist halt für die Allegris zuständig, unter anderem aus Passagiersicht und Komfort. Ja, das war so ein kleiner Wrap-up von der AIX. Bilder darf man meistens leider nicht machen, weil es viele Prototypen sind, die dort stehen oder auch Sachen sind, wo Leute sind, zum Beispiel die verhandeln. Wir sind zum Beispiel bei Airbus rausgeflogen nach der anderthalb Stunden Pressebriefing, weil dann Kunden kamen. Und dann sollte man natürlich nicht wissen, wenn ein Kunde kommt und was die da diskutieren. Oder auch bei einem Sitzhersteller, Namen darf ich leider nicht nennen, da war auch Lufthansa und hat auch diskutiert über Sitze. Man saß in den Economy Class sitzen von dem Hersteller. Also interessante Geschichten, die sich da ergeben haben. Vielleicht am Stammtisch mehr. Wer am Stammtisch ist, weiß Bescheid. Erstes Thema, Quarta Airways stellt First Class ein komplett. In dem 380er gab es die ja auch nur, wenn man ehrlich ist. Und da ist es so, dass Quarta Airways keinen Sinn in der First Class sieht. Und das ist auch so ein bisschen so mein Standpunkt. Wenn ich mir gerade die Lufthansa Allegris anschaue und dort sehe, wie die Business Class geworden ist. Live Flatbed, 2,20 Meter, der Thron, wo man wirklich die verschiedenen Konzepte hat. Braucht man dann wirklich noch eine First Class? Macht das Sinn? Weil die Privacy ist ja gerade bei den Suiten, wo man noch eine Tür hat, relativ groß. Selbst der Thron, da kann man auf der einen Seite nur einsteigen. Auf der anderen Seite ist es zu. Da ist ja auch Privacy. Braucht es dann noch, und ihr seht jetzt, das Licht ist abgehauen. Jetzt kommt es wieder. Unglaubliche Szenen hier. Ihr müsstet mal den Aufbau hier sehen. Auf einem Gepäck-Ding. Aber na gut, für euch alles hier am Machen. Ist es so, dass man dann die First Class ja ehrlicherweise nicht wirklich braucht. Und wenn man Cutter Airways im Besonderen sieht, und die nennen ja ihre Business Class auch First Class, mehr oder weniger. Muss man sagen, ja, die Cutter Airways hat die Business Class overperformed. Das heißt also, die ist wirklich so nah ran an der First Class dran, dass dort keine Differenzierung mehr großartig möglich ist für Cutter Airways. Außer da noch mehr Platz zu verbrauchen, was ja auch dann sinnbefreit ist. Die Q-Sweeten, State of the Art, gibt es nichts zu sagen. Und dann braucht man doch keine First Class mehr. Aber da könnt ihr ja auch sagen, ob ihr da sagt, das ist etwas, was ihr sagt, ihr wollt es. Weil bei Lufthansa hat man die First Class weiterhin behalten, weil die Kunden sagen, wir wollen die First Class haben. Aber jetzt nicht, weil sie die First Class buchen wollen oder bezahlen wollen. Nein, sie wollen die quasi als Karotte haben und da zu sagen, hey, ich sammle Meilen, Punkte, Status und dann möchte ich in die First Class reinkommen und nicht bezahlen dafür. Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich, und auch richtiger Ansatz. Und wir werden das wahrscheinlich auch bei Allegris in der First Class sehen, dass man dort den Swiss-Weg geht. Dass man also nur noch als Senator oder Horn Circle überhaupt mit Punkten in die First Class kommt. Weil wenn wir ehrlich sind, die neue Allegris in den 350ern, die hat einen Sitz am Fenster, einen Sitz auf der anderen Seite am Fenster. In der Mitte ist das ein Doppelsitz. Aber du kannst die Leute ja nicht in die Kabine setzen, die in diesem Doppelkabuff sind, die sich nicht kennen. Das sind also im Prinzip zwei First Class Sitze nebeneinander. Und das ist schon ein intimer Moment. Vor allem bist du ja in einem geschlossenen Raum. Und das finde ich dann schon schwierig, dass ich dann jemanden kennenlerne auf dem Flug. Gut, wenn das jetzt eine Blondine ist, 90, 60, 90 und so, dann würde ich da jetzt nicht großartig mosern. Aber nichtsdestotrotz ist es halt in der Tat ein Problem. Und dann macht die First Class vielleicht keinen Sinn. Es gab auch heute viele Diskussionen, fällt mir auch gerade ein, für Essen, Buy on Board. Es gab zum Beispiel ein Konzept von Airbus, das sie vorgestellt haben, was schon seit ein paar Wochen draußen ist, wo man sich eine Box am Gate kauft mit seinem Essen und dann mit ins Flugzeug nimmt. Heißt also, dass man wirklich sein Catering in einer Box hat, die dann am Standort, wo man dann landet, wieder abgegeben werden kann und eingesammelt wird. Und diese Verpackung wird dann wieder neu genutzt und gewaschen, wie auch immer. Dass man das vielleicht auch bei anderen Themen macht. Und ihr wisst ja auch selber, ich bin ja ein größerer Befürworter davon, wer Champagner trinken möchte an Bord in einer adäquaten Geschmacksrichtung für eure Geschmacksknospen, der sollte natürlich ganz, ganz wichtig die Flasche selber kaufen und dann an Bord bringen und dann sich servieren lassen. Weil selber trinken dürft ihr nicht. Ihr müsst ja Kontrolle haben von der Crew, wisst ihr ja. Aber diese sind so meine Gedanken zur First Class und vielleicht ist das die Frage des Tages und das ist die Frage des Tages, genau. Braucht es die First Class? Und auch heute wieder wichtig bei einem Gespräch, Premium Economy macht pro Quadratmeter das meiste Geld. Das heißt, Fluggesellschaften verlieren Geld bei der First Class. Die First Class Sitze kosten alleine sechsstellige Summen und dann eher so richtig hohe Summen. Das ist natürlich auch aufgrund der Manufaktur und so weiter der Fall. Aber das sind halt Investitionen, wo man fragt, macht das Sinn? Sollen die nicht lieber das Geld in eine ordentliche Business Class stecken und wir haben dann die Möglichkeiten auszusuchen? Und auch hier wieder der Hinweis an Lufthansa. Die haben in der Allegris sieben verschiedene Sitzplätze in der Business Class. Den Thron, den Sitz für Familien mit Kindern. Das heißt also, wenn du ein Baby hast, das sitzt dann seitlich zu dir. Dann hast du ein Thema, wo du ein Privacy Seat hast, das direkt am Fenster ist, wo du auch nicht von den Leuten gestört wirst. Du hast dann die Suiten vorne, die ein bisschen mehr Platz haben. Also da gibt es sieben verschiedene Varianten an Bord und wäre das nicht die Zukunft anstatt dann einer First Class? Bin gespannt auf eure Gedanken. Ich sage ja immer, meine Sendung muss kurz werden, aber ich habe erst zwei Themen durch und bin schon bei elf Minuten knapp. Tut mir leid, aber manchmal geht mit mir der Gaul durch. Wer von euch auch irgendwie sagt, bei mir geht der Gaul durch und möchte ein 350er kaufen, kann jetzt gegen Höxburgot ein A350 ersteigern, der versteigert wird. Schwierige Wortkombination. Ersteigern, der versteigert wird. So, jetzt kann ich es auch aussprechen. Und man kann sich auch da noch Geforderungen von SAS zusätzlich on top kaufen lassen. Ja, ganz genau. Und zwar ist das so, dass die Maschine Anfang Juli zwangsversteigert wird. SAS hat ja gesagt, dass man zehn Flugzeuge aussortiert und da sind ja auch mit den 350ern Probleme aufgetaucht. Ihr erinnert euch an das japanisch-irische Sandwich, glaube ich, war das. Japanische Eigentümer, irgendwie Restforderungen in Irland, Bank, keine Ahnung. Das Flugzeug ist ja auch dann nach langem Hin und Her bei der SAS verblieben. Aber jetzt ein Flugzeug wird wirklich verkauft. Der 350 stand zum Verkauf und ist halt wirklich jetzt vom Hof. Der muss gehen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit für Lufthansa, einen 350er zu bekommen. Der steht in Victorville, glaube ich, in den USA und in den zweiten, der auch irgendwie versteigert werden soll. Der steht irgendwie in TARP oder so, aber auch in Europa. Sind sogar die Registrierungen, sind getauscht. Ist also keine SAS-Registrierung mehr, sondern ist Irland von dem irischen Eigentümer. Deshalb, wer also Kleingeld hat, kann den A350er, relativ neu sogar, ich glaube nur drei Jahre alt, ersteigern. Nur als Hinweis. Also Mario, 350er können wir kriegen, 380er ist Global Airlines schneller gewesen. Wer schneller gewesen ist mit dem 380er als das geilste Flugzeug der Welt zu bezeichnen, ist Sir Timothy Clark von Emirates Airlines. Und Tim hat gesagt, bis 2035, bis in die Mitte des nächsten Jahrzehnts. Das ist ja 2035, mindestens. Jetzt sagt man, bis 2032 möchte man die A380er loshaben und vom Hof. Heißt also, man plant 150 neue Aufträge für Großraumflugzeuge zwischen 2027 und 2023, sagte Kim Clark heute in Istanbul. Geil, oder? 380er ist leider tot. Parallel ist es bei Emirates so, dass für die Zukunft 100 bis 150 Großraumflugzeuge bestellt werden. Die Frage ist, was wird es? Natürlich kann es nur ein 777X oder eine 350, 1000er sein. Mehr geht ja leider nicht im Moment. Und da ist es so, wenn man die Zahlen von Emirates im Kopf hat, da sind ja im Moment Bestellungen über 50 A350 900. Dann hat man 117 777X, 30 787er 9er. Und das ist natürlich für den 380er der Tod, wenn er kommt. Und da muss ich da ehrlicherweise gestehen, geiles Flugzeuge, geile Produkte und schade, dass der 380er dann leider vom Himmel verschwindet. Aber wir haben 2023 bis 2032, sind es immerhin noch acht Jahre. Dann sind die Flugzeuge, wenn sie vom Hof kommen, 15 Jahre und zwei Jahre alt im Moment. Also das heißt, zwischen zwei bis 15 Jahren sind sie im Moment. Wenn sie dann älter werden, gehen die eh langsam raus und werden ersetzt durch die bestellten Flugzeuge. Und die zwei Jahre alten sind dann quasi, was haben wir jetzt, 23, zwei Jahre, 32, dann könnt ihr ja selber rechnen, sind elf Jahre alte Flugzeuge. Und das ist ja wieder im Modus von Emirates, wo man alle zehn Jahre die Flugzeuge einmal austauscht. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch in meinen Augen. Ist halt nur schade, weil der 380er dann immer weniger fliegt. Und unspannend ist, gibt es überhaupt jemanden in der Zweitverwendung, der 380er nutzen möchte. Macht übrigens auch das Thema Lufthansa immer weiter unwahrscheinlich, dass man da an dem 380er weiter festhält. Ja, so ist das. Auch hier eure Meinung, 380er Sorgen, Ängste und Nöte könnt ihr direkt mir dann mitteilen. Letztes Thema aus der Welt, Meilenpunkte und Status, ist Lindner Hotels werden bei Hyatt einsortiert werden. Und zwar ist auf den Hotels bei Lindner auf der Webseite jetzt auch schon einige Hotels aufgelistet. Vom 8. Juni, also übermorgen, sind das zum Beispiel Me and All, Düsseldorf, Düsseldorf-Oberkassel, Mainz, Hannover, Kiel, Ulm, Berlin, Kudamm, Köln und auch Frankfurt Höchst. Die werden dann teilnehmen. Und ab dem 22. Juni 17 Hotels. Das Lindner WTC heißt, glaube ich, World Trade Center in Antwerpen. Hotel Gallery Central, City Plaza, Bay Arena, Kongress Hotel Düsseldorf, Park Hotel und Spa, Residence Main Plaza, Sport Academy, bla bla. Also das heißt, die Hotels werden langsam Step-by-Step rübergeführt. Ist also eine gute Nachricht für uns alle als Hyatt-Loyalisten, dass wir dort bei Hyatt die Nächte, die Punkte, den Status sammeln können. Finde ich eine coole Geschichte. Gerade diese Me and All Hotels, muss ich euch sagen, ich finde die vom Design her relativ geil, muss ich schon sagen. Preislich auch äußerst attraktiv. Deshalb wird Hyatt immer attraktiver in meinen Augen, auch hier wieder eure Meinung gefragt. Und jetzt höre ich auf, wir haben hier schon 4.21 Uhr für die Aufnahme. Ich muss jetzt gleich Schluss machen, muss zum Stammtisch. Christoph hat gerade geschrieben, er ist auch dabei. Geil, freue mich, dich nachher zu sehen. Und denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch unten kommentieren. Und werdet Kanalmitglied. Dann könnt ihr auch das T-Shirt erwerben. Einen Platz haben wir noch für das Allegris-Event dabei. Da würde ich euch bitten, schickt mir eine Nachricht. Gibt dann auch nochmal einen Rabattcode 10%. Und der Herr Rose sollte, wenn die Sendung kommt, sollte dann auch den Code für seinen Kumpel haben mit dem Link. Also, danke, bis morgen. Gibt es vielleicht neue iX-News und das Zimmer ist wahrscheinlich dann hoffentlich mal wieder gepflegt vom Housekeeping. Aber ich habe Stress. Ich muss arbeiten. Ich muss für euch unterwegs sein. Also, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt raus hier. Wo ist der Knopf? Hier geht's los. Finish.